Das Unternehmen steht für 75 Jahre Herstellung homöopathischer Arzneimittel. Und ähnlich wie in der Therapie, eine ganzheitliche Betrachtung, gehen wir auch mit unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und Lieferanten um. Ähnlich natürlich auch mit Natur und Umwelt, denn wir haben auch nur einen Planeten, auf dem wir leben können. In unserer schnelllebigen Welt suchen viele Menschen nach einer ganzheitlichen Option, um ihre Gesundheit zu stärken. Da kommen die Schüsseler Salze richtig ins Spiel. Sie sind eine bewährte Option, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken, indem sie die Verwertung und Aufnahme der Mineralstoffe in unserem Körper ausgleichen. Das Bewusstsein für die Gesundheit ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Unsere Kunden präferieren einen natürlichen und ganzheitlichen Lebensstil. Die wertvollen Mineralstoffe und Vitamine, die nun unser Sortiment ergänzen, passen genau dazu und sind perfekt als Ergänzung zu Homöopathie und Schüsseler Salzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017